Grüß Gott, liebe Zuschauer! Seit einigen Wochen arbeite ich daran, das Buch Die Ringvernichtung zu überarbeiten. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen hat sich ein wesentlicher Aspekt der Interpretation verändert. Ich ordne die Gefahr, dass es zu einem weiteren Weltkrieg kommen kann, jetzt nicht mehr dem Zeitpunkt der Ringvernichtung zu, sondern dem des Todes des Königs der Ringgeister. Das bedeutet, dass das von so vielen Sehern vorausgesehene mögliche Endzeitszenarium vermutlich viel schneller auf uns zukommen dürfte, als ich bis zum Ukraine-Krieg selbst dachte. Dadurch hat sich so viel in der zeitlichen Zuordnung der Symbolik verändert, dass ich die Passagen zur jetzigen und kommenden Zeit komplett auf der Grundlage der Geschehnisse und Erkenntnisse der letzten drei Jahre überarbeitet habe und plane, sie im Sommer als eigenes kleines Buch herauszugeben. Dadurch können Leser, die eine der ersten acht Auflagen haben, sich auf den neuesten Stand bringen und Interessenten, die sowieso nur an den aktuellen Passagen von Die Ringvernichtung interessiert sind, können diese als eigenes kleineres Buch erwerben. Zur Unterscheidung von der Vollversion von Die Ringvernichtung heißt dieses Buch Die Ringgeistvernichtung, wobei es im Buch sowohl um den Tod des Königs der Ringgeister geht, also um das Ende des globalen Tiefenstaats, als auch um die übrigen Ringgeister, die im Moment der Ringvernichtung selbst ebenfalls ihr Ende finden, das dann viel später stattfindet. Da aufgrund der äußeren Entwicklungen in unserer Welt die Weltkriegsgefahr näher rückt, habe ich in dieser neuen Ausgabe einen besonderen Fokus auf die Passagen gelegt, in denen es darum geht, was wir tun können, um der Weltkriegsgefahr gegenzusteuern und uns für eine Welt des Friedens stark zu machen. Ich habe einige einzelne Aspekte untersucht, mit denen Alois Irlmayr und andere den Dritten Weltkrieg beschreiben. Bei diesen Aspekten überlege ich im Buch zunächst, welche geschichtlichen Wiederholungsprogramme oder welches alte Karma durch diese Aspekte des Weltkriegs zur Erfüllung kämen. In unseren Seminaren zur Auflösung unterbewusster Programme arbeiten wir mit den Problemen der Teilnehmer, finden die Vorfahren, deren Schicksal durch diese Probleme wiederholt wird und lösen das Problem dann, indem der Teilnehmer für sich schaut, welche spezielle Vergebung, Selbstvergebung oder Entschuldigung von anderen seine Vorfahren gebraucht hätten, um frei von Leid und Schuld zu sein. Dadurch löst sich regelmäßig das Leid in den Teilnehmern auf und sie sind frei von der Verstrickung mit ihren Vorfahren, deren Schicksal sie nun nicht mehr wiederholen müssen. Zum Abschluss arbeiten wir häufig in der Gruppe daran, ein kollektives Problem aufzulösen. Vor allem wenn es zu Kriegen, Übergriffen und Ungerechtigkeiten zwischen Völkern gekommen ist, können wir in der Gruppe die Schuldgefühle aufgrund kollektiver Traumatisierungen auflösen. Wir arbeiten dabei daran, dass sich alle Seiten eines Konflikts für begangenes Unrecht entschuldigen und oder erfahrenes Unrecht sich selbst und anderen vergeben. Da die weltweite Situation aktuell so beunruhigend ist, fühle ich, dass wir nicht die Zeit haben, diese Vergebungsarbeit nur in unseren Seminaren zu leisten. Ich möchte mit diesem Video daher diese Vergebungsarbeit erläutern und Gebetsgruppen, Meditationsgruppen und auch allen anderen Gruppen sowie anderen Therapeuten, die sich dazu berufen fühlen, anregen, diese Vergebungsarbeit einzeln oder in der Gruppe zu leisten, um jene kollektiven Programme aufzulösen, die zu einem Weltkrieg beitragen könnten. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Alois Irrmaier und die anderen sehr eine reale Möglichkeit oder Gefahr gesehen haben, was aufgrund unserer vergangenen Taten in unserer Zukunft auf uns zukommen könnte, Wenn wir die Ursachen dafür nicht auflösen, dann ist es eine fruchtbare Überlegung, darüber nachzudenken, welche Ursachen wir vielleicht auflösen können, damit die vorausgesehenen Katastrophen nicht eintreten. Ich habe daher zu den einzelnen Aspekten des von der Hochfinanz geplanten Weltkriegs überlegt, wie wir auf das Karma einwirken beziehungsweise die Programme auflösen können, die aus der Vergangenheit stammen und hier zur Erfüllung kommen würden. Die gelb-grüne Giftlinie über Westpolen erinnert mich speziell an den Zweiten Weltkrieg, weil das Gift gemäß der Vorausschau Irrmaiers genau über den Gebieten ausgesprüht werden soll, die bis zum Zweiten Weltkrieg noch zu Deutschland gehörten. Dazu gehören auch die drei russischen Panzerkolonnen, die nach der Vorausschau Irrmaiers Deutschland angreifen und durch diesen gelben Strich von ihrem Nachschub abgetrennt werden, weil kein Mensch überleben soll, der mit diesem Gift in Kontakt kommt. Keiner der russischen Panzerfahrer soll daraufhin lebend in die Heimat zurückkehren. Genauer gesagt erinnert mich diese gelbe Giftlinie an das Karma der Russen und Polen gegenüber den Deutschen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Deutschen östlich der Oder-Neiße-Linie von der russischen Armee entweder umgebracht oder aus ihren Gebieten vertrieben und dieses durch Mord und Vertreibung entvölkerte Gebiet von den Polen übernommen. Bis heute verstecken sich sowohl die Russen als auch die Polen hinter der politisch festgelegten Alleinschuld der Deutschen. Manche Polen fordern von Deutschland sogar noch Reparationen. Russen und Polen könnten sich überlegen, was hier vielleicht zu tun wäre, ihr eigenes Karma abzumildern, bevor sie in so großer Zahl durch das gelbe Gift getötet werden. Was alle Menschen tun können, was wir in unseren Seminaren zur Auflösung unterbewusster Programme auch immer wieder tun, ist eine bewusste Vergebungsarbeit aller beteiligten Konfliktparteien. Um klarzustellen, dass es nicht um eine Diskussion geht, wer Schuld hat und wer nicht, und um der Vollständigkeit des Geschehens halber, können wir Deutschen uns in diesem Fall zunächst bei den Russen und Polen für das Böse entschuldigen, das ihnen von Deutschen oder im Namen von Deutschen angetan wurde. So dann können wir uns als Deutsche jene Schuld vergeben, die wir meinen zu haben, dass unseren Vorfahren dieser Weltkriegshorror widerfahren ist. Dann können wir den Russen und den Polen ihre jeweilige Schuld vergeben, die sie uns gegenüber haben. Wenn dies nicht so leicht geht, ist es hilfreich, uns davor noch vorzustellen, wie sich auch die Russen und die Polen bei uns für die vielen Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten und vor allem für die Ermordung und Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten entschuldigen. Auch das kann schon Heilung für das Unterbewusstsein bewirken und sowohl den Russen als auch den Polen vielleicht eine Tür öffnen, sich auch in echt bei uns für die von ihren Vorfahren begangenen Ungerechtigkeiten zu entschuldigen. Wenn die Russen und die Polen aufrichtig bestrebt sind, ihre Schuld aufzulösen, muss sie dieses Karma vielleicht nicht ereilen. Beim Tod sämtlicher russischer Panzerfahrer würde es sich außer um das Karma für die genannten Gräueltaten der russischen Soldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs durch die Massenvergewaltigung der deutschen Frauen, die Ermordung vieler wehrloser Deutscher und die Vertreibung der übrigen natürlich auch noch um sofortiges Karma für den Angriff auf Deutschland handeln. Die gelb-grüne Giftlinie über der Tschechei erinnert an die gleichen Umstände in Bezug auf die Sudetendeutschen. Hier können wir die gleiche Vergebungsarbeit leisten und uns eine Entschuldigung seitens der Tschechen vorstellen. Die vollständige Zerstörung Prags, von der Irlmayr spricht, erinnert mich daran, dass Prag das Zentrum des europäischen Judentums ist. Hier könnte vielleicht ein von den Juden ausgehender massiver Einsatz für die jüdisch-deutsche Versöhnung in der Tschechei karma-lindernd wirken und die Zerstörung Prags abmildern oder verhindern. Die beiden Flutwellen einerseits über England und andererseits über die Niederlande, Dänemark und Norddeutschland, die Irlmayr gesehen haben soll, könnten auf Atlantis zurückgehen. Es ist gut möglich, dass viele der alten Atlanta und oder Helgoländer heute in England, Holland, Deutschland und Dänemark leben. Eine Prophezeiung von einem Tsunami ausgelöscht zu werden, kann die alten unterbewussten Erinnerungen aktivieren und entsprechend unsere Schöpferkraft missbrauchen, etwas in dieser Richtung zu kreieren. Wer in Angst vor einer Flutwelle lebt, sollte unbedingt an der Auflösung alter Traumatisierungen arbeiten, vor allem an der Auflösung des Atlantis-Traumas. Obwohl ich denke, dass Irlmayr ein echter Seher war, ist davon auszugehen, dass die Hochfinanz Irlmayrs Prophezeiungen kennt und versuchen wird, sie als Planung umzusetzen, um damit Angst zu schüren. Die berüchtigte Diegelliste, die ich gesehen habe, gibt für das Vereinigte Königreich für das Jahr 2025 eine Bevölkerungsschrumpfung um 77 Prozent an. Es ist die höchste Bevölkerungsschrumpfung dieser Liste. Solche Zahlen sehen dann schon danach aus, dass sie einen Tsunami über England geplant haben. Meines Wissens nach gibt es keine so kleine Bombe auf Erden, die eine Wirkung haben könnte, wie Irlmayr sie beschreibt. Die Reverse Speech-Untersuchungen von Matthias Fischbach haben ergeben, dass die beiden Tsunamis, die Irlmayr gesehen hat, nicht stattfinden werden. Bei einem Satz zu diesem Thema lautete das RS, also das Reverse Speech, das halten wir auf. Der Satz, das halten wir auf, klingt danach, dass es dritte Schutzmächte gibt, die in diesen Weltkrieg eingreifen werden. Ich denke, dass das Ausmaß unseres Bemühens, uns durch Gebete, richtiges Handeln und gute Taten für den Frieden stark zu machen, das Ausmaß definieren könnte, indem diese Schutzmächte intervenieren werden, um uns zu schützen und Menschenleben zu retten. Dass die RS-Untersuchungen darauf hinweisen, dass die vorausgesagten Tsunamis nicht stattfinden werden, kann also auch schon daran liegen, dass viele Menschen, die an der Auflösung ihres Atlantis-Traumas gearbeitet haben, das schlimmste Szenarium inzwischen abgewendet haben und dass viele gute Taten vielleicht auch schon in diese Richtung gewirkt haben. Die Macht unserer Gebete und die Möglichkeit durch die Auflösung unterbewusster Programme sind viel größer, als den meisten Menschen bewusst ist. In jedem Fall wird es also hilfreich sein, wenn Engländer, Dänen, Deutsche und Holländer weiterhin für den Frieden und das Wohl aller Menschen auf Erden beten, wenn sie weiterhin an der Auflösung ihrer unterbewussten Programme arbeiten und einen bewussten Beitrag zur Erschaffung der Welt leisten, die wir gerne sehen wollen. Was könnten die russischen Soldaten tun, um ein solches Karma abzuwenden? Haben sie die Option, den Angriff auf Deutschland zu verweigern? Sie müssten jedenfalls daran denken, dass es sich bei ihrem Tod auch um ein sofortiges Karma für den Angriff auf Deutschland handeln würde. Während wir diese Arbeit häufig zum Ende unserer Seminare machen, kann sie in dieser Form, wie gesagt, auch von allen möglichen Meditationsgruppen, Gebetsgruppen und dergleichen aufgegriffen und immer wieder wiederholt werden. Auch für den vorausgesagten Krieg der muslimischen Staaten gegen Israel müsste man sich Gedanken machen, wer sich bei wem wofür entschuldigen oder sich selbst vergeben sollte und kann dies in einer Gruppe visualisieren, die eine stärkere Kraft für den Frieden darstellt als ein Einzelner. Auf jeden Fall können wir visualisieren, dass sich die Israelis bei der palästinensischen Urbevölkerung entschuldigen, aus deren Heimat sie diese seit über sieben Jahrzehnten verdrängen. Das Problem ist ja, dass es Kreise zu geben scheint, mal vorsichtig formuliert, die durch den Abriss der Al-Aqsa-Moschee einen Krieg gegen Israel und einen Aufstand der Muslime in Europa provozieren wollen. Ein möglicher Dritter Weltkrieg also mit voller Absicht in Gang gesetzt werden könnte. Vielleicht könnten viele Gebete für diesen Krisenherd und viel Vergebungsarbeit für die dort geschehenen und geschehenen Ungerechtigkeiten bewirken, dass die Al-Aqsa nicht abgerissen und der Krieg nicht ausgelöst wird. Urmeier hat die vollständige Zerstörung von drei US-Städten im Zug des Angriffs der Chinesen und Russen auf die USA vorausgesehen. Für die Amerikaner ist es sicher unter anderem eine gute Idee, an eine Wiedergutmachung gegenüber den Ureinwohnern Nordamerikas zu denken, ihnen wenn möglich Land zurückzugeben und um deren Vergebung und Segen zu bitten. Dies kann in Meditations- und Gebetsgruppen gemacht werden, sollte darüber hinaus jedoch soweit möglich auch von Mensch zu Mensch in einer echten Begegnung erfolgen. Das Ausmaß, in dem unsere Möglichkeiten des alten Karma aufzulösen nicht genutzt werden, könnte das Ausmaß der Katastrophe definieren. Karma, auf das wir nicht durch Wiedergutmachung, Vergebung, Versöhnung, gute Taten und das Entwickeln von Selbstlosigkeit einwirken, wird uns eher widerfahren. So, hier noch ein weiterer Abschnitt aus dem neuen Buch Die Ringgeistvernichtung. Es geht darum, was gerade wir Deutschen in der Beziehung zu uns selbst als deutsches Volk tun können, um die uralten, unterbewussten Programme aufzulösen, die ursächlich sein dürfen für die Probleme unseres Volkes, die über die letzten Jahrhunderte immer schlimmer wurden. Also, was einem Kenner der antiken Geschichte an den Kriegsbeschreibungen Irrmeiers auffallen dürfte, ist die Parallele zur altrömischen Zeit. Die Kampfhandlungen sollen laut Irrmeiers Visionen fast alle an der alten römisch-germanischen Grenze stattfinden. Irrmeier sagt in den Voraussagen explizit, dass die russischen Panzerkolonnen bis an die Donau, südlich bis an die Schweizer Grenze und im Westen bis an den Rhein vorstoßen, jedoch mit Ausnahme von Aachen nicht darüber hinaus, also fast exakt bis zur alten römisch-germanischen Grenze aus der Endzeit des Weströmischen Reiches. Das nach Irrmeier im Dritten Weltkrieg zum Abschluss kommende Karma ist unter anderem altgermanisches und altrömisches Karma aus der Zeit der Mörder und Verräter an Isildur. Isildur, König von Gondor, symbolisiert die ethische Kultur der alten Germanen. Die Seelen, die in der Zeit des römischen Reiches und der folgenden Christianisierung von ihrem Weg abkamen, hatten jetzt über anderthalb Jahrtausende Zeit, wieder auf den rechten Weg zu kommen. Wer diese Zeit bis heute nicht genutzt hat und auch bis zum Schluss nicht für eine Öffnung seiner Seele gegenüber dem Göttlichen nutzt, wird ein Problem bekommen. Die einzige Stelle, an der die Russen über den Rhein hinausstoßen sollen, laut den Visionen, dürfte Irrmeier bei Köln gesehen haben, weil er davon spricht, dass bei Aachen die größte Schlacht der Menschheitsgeschichte stattfindet. Aachen war der Sitz Karls des Großen und Karl der Große stand wie kein anderer für den Tod Isildurs, weil er die Sachsen mit großer Gewalt und niederträchtigem Verrat christianisierte und damit der alten hochstehenden germanischen Kultur den Todesstoß versetzte, den Tod Isildurs. Kann es also Zufall sein, dass diese größte Schlacht bei Aachen sein soll? Es sieht für mich also recht logisch aus, dass das Hauptkarma für den Dritten Weltkrieg die Seelen der alten Römer und Germanen betrifft, die zum Ende der Antike an den römischen Schuld projizierenden Machtkonzepten festgehalten haben, die die Menschheit bis heute quälen und all das Leid verursacht haben, das in den Kriegen der letzten Jahrhunderte über die Menschheit hereingebrochen ist. Laut Tolkien hätte Isildur die Möglichkeit gehabt, den einen Ring zu vernichten, hat ihn stattdessen jedoch für sich beansprucht. Das heißt, die alten Germanen hätten die Chance gehabt, die römischen Schuldkonzepte aufzulösen und dadurch aus der Welt zu schaffen. Das Karma dafür, dass sie dies nicht getan haben, ist ursächlich gewesen für die weiteren Verwicklungen der westlichen Völker und vor allem des deutschen Volkes bis heute. Die Kampfhandlungen entlang von Rhein und Donau beziehen sich also auf die Zeit von Isildurs Festhalten am einen Ring und es ist anzunehmen, dass die Seelen von damals in großer Zahl zurückgekehrt sind, um damit die Chance zu haben, das alte Karma aufzulösen und die alte Schuld zu begleichen. Die Notwendigkeit, die aus jener Zeit stammenden Schuldgefühle aufzulösen, hat Tolkien in Aragons Gang durch das Tal der Toten symbolisch dargestellt. Aragons ist Isildurs Erbe. Es steht also für die Kultur der westlichen Welt, die von den alten Germanen abstammt. Wir müssen also gerade als Deutsche diese uralten unterbewussten Schuldgefühle durch Vergebung und Selbstvergebung auflösen, damit uns die Strafe für die vermeintliche alte Schuld nicht in einem neuen Weltkrieg ereilen muss. Dass die Deutschen ein Volk sind, das sich besonders schuldig fühlt, geht auf unserer Seelenebene also noch viel weiter zurück als nur bis zum Zweiten Weltkrieg. Von einer höheren Ebene der göttlichen Steuerung zu unserer Heilung ausgesehen, haben die Schuldgefühle, mit denen unser Volk seit dem Zweiten Weltkrieg gequält wird, nur die alte Schuld aus der Zeit der Christianisierung aktiviert. Wir sind Seelen, die sich schuldig fühlen, uns selbst und unser wahres Wesen verraten zu haben. Diese Schuld geht auf die altgermanische Zeit zurück. Die Ereignisse seit dem Zweiten Weltkrieg zwingen uns, nach innen zu gehen und uns unserer alten, vermeintlichen Schuld zu stellen, damit wir sie endlich, endlich durch Selbstvergebung auflösen können. Hier also mein Vorschlag, was wir machen können, um das uralte Schuldthema des deutschen Volkes aufzulösen. Die Gebets, Meditations und anderen Gruppen, die meine Anregungen zu dieser Vergebungsarbeit aufgreifen, können in ihren Gruppensitzungen grundsätzlich das deutsche Volk vor sich visualisieren und sich vorstellen, dass wir uns selbst die Schuld vergeben, die wir meinen zu haben. Wir können uns als Gruppe vorstellen, dass wir als deutsches Volk Gott zu Füßen sitzen und Gott uns voller Verständnis und Mitgefühl anschaut. Wir können uns Gottes Freude vorstellen, wenn wir uns endlich selbst vergeben. Gott wünscht sich nichts mehr für uns, als dass wir uns vergeben. All die Ausbeutung des deutschen Volkes, all die Schmähung und Beleidigung des deutschen Volkes werden von unserem eigenen Unterbewusstsein erzeugt, weil wir unterbewusst glauben, dass wir diese Ausbeutung, Schmähung und Beleidigung als gerechte Strafe für unsere Schuld verdient haben. Wenn wir diesen Albtraum beenden wollen, dann ist es wichtig, dass wir immer und immer wieder bewusst in die Selbstvergebung jener Schuld gehen, die wir meinen zu haben. Wenn uns diese Selbstvergebung gelingt, dann wird unser Unterbewusstsein aufhören, unser Leben als Deutsche zu einem Albtraum zu machen. Genauso ist es wichtig, dass wir unsere verlorene Beziehung zum Göttlichen wiederfinden und erneut pflegen. Wenn wir das Göttliche wieder in unser Herz lassen und eine gefühlte Verbindung zu Gott wieder in unser Leben einbringen können, dann werden wir Heilung finden und aus dem Albtraum, der uns quält, aufwachen können. Dann können wir diesen drohenden Weltkrieg vielleicht noch abwenden oder zumindest abmildern. Soviel an Anregung für die Gebet- und Meditationsgruppen. Ich hoffe, viele Menschen greifen meine Anregung auf und arbeiten auf diese Weise mit an der Auflösung jener unterbewussten Programme, die für die Gefahr eines weiteren drohenden Weltkriegs ursächlich sein können. Über diese Vergebungsarbeit hinaus gibt es weitere Dinge, die wir tun können, um der Weltkriegsgefahr entgegenzuwirken. Meine Gedanken dazu habe ich schon in bisherigen Ausgaben von Die Ringvernichtung aufgeführt und führe sie im neuen Buch noch weiter aus. Wer sich bei der Auflösung seiner alten Programme helfen lassen möchte, um selbst ein erfülltes und glückliches Leben führen zu können, dem lege ich die Seminare zum Auflösen unterbewusster Programme ans Herz, die Michael und Beatrice Henschel und ich veranstalten. Ihr könnt eine Teilnahme auf meiner Webseite neunheit.de buchen. Ich setze den Link zum nächsten Termin auch in die Videobeschreibung. Also das nächste Online-Seminar ist am 1. und 2. Juli. Das nächste Präsenzseminar ist vermutlich im August im Odenwald. Seminarort und Datum werden noch festgelegt und auf meinem Telegram-Kanal veröffentlicht, sobald Datum und Veranstaltungsort feststehen. Das Buch Die Ringgeistvernichtung mit den Passagen der Ringvernichtung zur jetzigen und kommenden Zeit soll im Sommer erscheinen. Sobald wir die Druckkosten haben, gebe ich den Vorbestell-Link auf Telegram und den kommenden Videobeschreibungen bekannt. Das war es wieder für heute. Teilt euch im Kommentarbereich mit, klickt, wenn es euch gefällt hat, auf Gefällt mir, teilt das Video und abonniert diesen Kanal, wenn ihr das noch nicht habt und denkt immer daran, wir können in der Welt nur bewirken, was in uns ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, muss zuerst in unserem Geist Frieden sein. Habt eine gute Zeit und betet bitte alle auch weiter für den Frieden in der Welt und vor allem in der Ukraine. Tausend Dank. Dank. Vielen Dank.